Plakatfedern aus meiner Werkstatt mit verschiedenen Hölzern, wie zum Beispiel Koaholz, Kokobolo und so weiter. Ebenholz, wir werden das aus der Nähe betrachten. Und hier einige der Plakatfedern, man sieht in verschiedensten Ausführungen, Kokobolo, Bukote, hier zum Beispiel helles Ebenholz, Koah, dieser Halter aus Koah. Dann haben wir hier peruanisches Weihrauchholz, Ebenholz in verschiedenen Breiten. Dann hier bei diesen Federhaltern ist jetzt die größte Breite mit 2,5 nicht dabei. Hier sehen wir meine persönlichen Arbeitstiere. Hier die breiteste Feder, die zweite Größe. Okay, das sind hier meine persönlichen Halter. Ein kleiner Überblick da drüber. Und wie gesagt, hier die übrigen Frisch aus der Werkstatt. Dann bekommen wir ein paar Säle intensive Mal zur Verfügung. Und wie artic regulations läuft aber das lässt. Und wie sieht das eigentlich auswildrehen die Einladung aus anderem.